Herzlich Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen OB-Prognose und das ist auch übrigens die erste im FIFA 14, wieder mit meinem herzlichen Käsekameraden Oliver. Olli, hallo! Hallo, M. Thaler hier. Na, wie ist's? Ha, ha, ha! Ja, wie ihr seht, möchten wir gerne was machen, Oliver? Wie sag ich, wie soll ich denn? Spricht dein Name eigentlich aus? Bei Madrid gegen Galatasaray SK. Ja, okay, und wo wird das, wird das, schnauze du und so, nicht, nicht du jetzt, ich mein, ich mein, der hinten, der, so ein Huren, so ein halt, guck mal, Form, N, 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 ist es echt so? Gibt's ernsthaft? Fresse, du hässlich, was für ein N? Guck mal, oben rechts, Teamform, Niederlage, 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 Niederlage. Keine Ahnung, Konzer, geht, nee, das letzte Spiel haben die gewonnen, jetzt letztens, also am Wochenende, 2, 1. Im Spiel fielen 3 rote Karten, 2 bei, äh, 2 weiß ich was, na, ihr, der, na, und eine bei Galatasaray, hat trotzdem immerhin sie gewonnen. Darum, ja, wir spielen das Champions League Spiel von morgen, weil Galatasaray eigentlich gewinnen muss, ne, mit 4 Punkten, Real hat 10. In Madrid wird's nicht so einfach, äh, die haben schon mal gegen Madrid gewonnen, aber einmal, let's go. Okay, denk an die Zeit gleich, ne, du hast nicht ewig Zeit. Was sind nämlich für Trikots, darf ich die mal nehmen? Ja, ja. Die sind cool, die haben ich, äh, äh, noch nie genommen, Entschuldigung. Das ist eine Minute Zeit, ne, denk dran. Ja, krieg ich hoffentlich hin, ähm, scheiße. Darf ich neu starten, ich hab's nicht mehr geschafft. Sabri kommt natürlich da, yeah, jetzt kann ich ihn wenigstens mal nehmen, weißt? Jo, ey. Evoe, nein, Evoe kommt doch nicht da hin. Oh, soll ich denn da bitte wechseln, Mann? Fick deinen Arsch, du Dreckiger. Scheiße. Wie viel hab ich noch, kannst du das wissen, Nelo? Keine Ahnung. Scheiße. Du brauchst mich 20 Sekunden. Ach so, na dann, würd ich's denn hier schaffen. Warum nicht, das ist auch ein Abendspiel. So und so, Champions League heute, Mann. Nachmittags, du hast noch 10 Sekunden. Scheiße. Wo ist Snyder, Alter? Eine Sekunde. Machen wir einfach mal so, ja, geht schon, irgendwie, ja. Oh, knapp. Scheiß drauf, ich hab auch ein bisschen umgestellt. Ich hab auch Dings wieder als Verteidig, äh, als Mittelfeld, 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 der gemacht, Evoe, weil, für mich spielt der auch im Mittelfeld. Genau wie Mann Ultimate Team, denn in meinem, äh, neuen Part, der gestern erschienen ist, jetzt, wenn ihr das Video allergrüsten sehen könnt, ist es gestern gewesen, das Video erschienen ist, gleich am Montagabendspiel. Und, ja, hä, ich spiel doch auswärts. Ja, es wird, äh, es wird käsig. Äh, äh, wo sind die Haare? Okay, und let's go. Forza Gala. Und passt auch Trogi auf. Oh Gott. Nein. Ah! Oh. Cheju. Das ist eigentlich gut. Hey. Von daher hab ich Melo jetzt provisorisch erstmal als Verteidiger gemacht, einfach. Aber der ist auch eigentlich ein guter Dämoniker. Der war mal im Tor. Ja, ey, siehste, der kann auch Verteidiger spielen. Baby, Hunde, Sohn. Ja, bei mir ist wieder, äh, die Abwehr wird heute groß geschrieben. Klasse, Ika. Die Abwehr wird heute groß geschrieben. Ah, Herr Champions, ich lasse ihn wirklich spielen. Wie kann man nur ihn nicht mehr als Stammteil übernehmen? Ich stelle da nicht. Oh, oh! Alter, Junge! Gareth, Alter. Okay, hier, ja, echt, wunderschön, Zeitlufe. Extra Zeitlufer. Super Zoom. Oh, no. Karin, Karin, Schneider, Schneider, Bernd, Schneider, genau, ich liebe das Junge, oh, ich verstehe eigentlich auch schon nicht, warum ich hinten laufen bin, ehrlich, ich mache nichts eingestellt, kein Offensiv, Null, ganz normal, aber, Gala, die wollen halt, die wollen halt zu spielen, äh, Gala, sag ich, äh, nie, gegen Gala, bam, bam, oh, Burak, du musst wild werden, oh, Mann, Gareth, Alter, 100 Millionen für den Arsch, ey, wenn die mir auch geben können, du Hurensohn, Nee, der ist gar nicht teurer mal als Ronaldo gewesen, die haben es nochmal neu berechnet und alles sowas, ne, der war gar nicht teurer als Ronaldo, ne, das stimmt wohl, Burak, Turk, Ica, bleib hier, Mann, Ica wollte ins Kinderparadies, hihi, wie auch immer, oh, oh, mein Gott, ey, hat der einen Kopf, ey, hat der einen Kopf, Weil tot, nicht, weil das ja auch nicht, hihihi, das ich meinte, alter Schwächen, ästlich, Ziele, das ist das, die, wette, der, wette, wie auch, Ja, da, hatte, das, das ist ein Paar, Ich habe einfach gar kein Anbieter, Ich habe alles, Jo, das ist die, wettel, Jo, ja ich hätte dürfen müssen bei der gesamte Abwehr der Kanal ist ein weiterer Ort durch hier bei mich er ist kein Name mit dem ich kann es sowieso ein Cheater Team Bisschen, ähm... Guck mal, was ist das? Erzähl mir das mal bitte. Ich spiel normal. Nicht mal offensiv. Nicht einoffensiv. Aber die sind hinten offen wie ein Scheintor. Haben wir nicht. Das ist wieder typisch. Ehrlich jetzt. Guck mal, Alter. Brauchen wir doch schon nicht mehr weiterspielen, weil wenn ich einen Ball vorne habe, du den dann gewinnt. Und die sind hinten wieder offen, weil... Dann fragt mich nicht. Ich kenne das. Ich glaube zu häufig so ein Spiel. Vielfalt wohl entschieden, dass ich das Glück habe, dieses Spiel. Ist doch immer vorher so ein... Jawohl, nee, eher weiß ich nicht, ob das so... So geht, weil demnach, wenn es noch Zufall geschieht, dann funktioniert das Zufall. Das Generator, denke ich, nicht so. Oh, ich dachte, der geht nicht hin. Hatte Haare da, Jona. Ja, Mann. Marcel. Fernando. Hallo. Oh, Kiebe. Kiano, ey. Kiano, ey. Kiano, ey. Burak. Kala, war, äh. da wer macht drucker die in der Kassel das Land kann er noch sehr durch das Tor von Bernd Schneider da die Verluste jetzt bei der Stimme steht vorher da ich mich bewegen nötig nicht das ist nicht mehr bewegen Schneider Bernd Bernd Zuchowski nicht dahin warum was kann nur bei uns die Mächte nächstes er nie präsent oder er macht nicht immer zwanzig Digger, Bale, wer ist Bale? Hey, ist schon Bale, das ist ne Legende, Bruder, töten wir's. Guck. Du einfach immer wieder an den Ball kommst. Ehrlich, guck mal. Na ey, jetzt nicht, siehst du. Das ist aber immer bei Galai oder bei den Spielern so. Ehrlich, das habe ich auch schon in meinem Part gestern erwähnt. Warum Modlic? Den langsamsten, den du in der Form hat so, der kriegt dann den Ball, wenn er vorne ist. Ich kann überhaupt mehr ehrlich, da spüre ich mich schon wieder richtig auf. Wir haben alle so überwerte, ne? Oh Gott. Er hat auch gute Schusswerte und sowas, aber der Ball hat den 8 Meter daneben. Mindestens, nicht 20. Guck mal. Du hast ja gesagt, hab's gehört. Ich hab's gehört. Oh, okay, ich hab doch gehört. Ich hab's gehört. Eier. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da brauche ich nicht zu sagen. Oh. 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 So du war Patteig jetzt, wenn man. Die rausgeklippt und dann sei ihm gelüft. Danke. Oh. Ja, ich hab's gehört. Nein. Tschüss, Bale. Tschüss. Tschüss. Nicht mit einem Rabatt. Nicht mit Bale. Oh, nicht mit ihm. Und dann ihm. Und dann nicht mit ihm. Da kann man nicht abpfeifen. Da darf man nicht abpfeifen. Da darf man doch gar nicht abpfeifen, oder? Wenn da ein Schießrichter abpfeift, der kriegt doch sofort die Lizenz entzogen, oder was? Warum Straubel? Ja, Mann. Wohl dann drei Spieler von dir standen. Wohl dann drei Spieler von dir standen. Wohl dann. Wohl dann. Wohl dann muss man mit nach hinten kommen. Ich habe mich eine gute Chance, ne? Ehrlich. Das ist auch eine traurige. Das ist auch eine traurige Lopfer. Du willst ja, block den. Der Lopfer von Ronaldo. Was macht Bense Malen? Bense Malen macht er. Wohl du dich durch bist. Nein! Nein! Du Hörn, Alter! Reicht es los? Ich dachte auch, er war junger. Guck mal, ich habe die Vollmerksam wieder rumweg. Boah, knapp auf jeden. Also, guck mal die Werte an. Dann müsste es eigentlich... Was? 88 und 80? Alter, mit ihm hat der bei mir irgendwie 92 und 94. Nein, da ist doch immer alles besser, ne? Aber so krass? Ja. Okay, dann mache ich mit ihm. Alter! Oh, Selchuk. Selchuk, aber was geht? Lol! Was schießen? Da sagst du einfach mal lol. Scheiße. Ah, du Wichser! Geh doch mal nach Indi, ihr Huren. Mann, 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 wie Gareth. Der entfeilt mich so. Ey. Das war Buri... Buriak. Nein! Er nimmt mich weg! Block ihn, block ihn! Er geht weg. Ey! Er auch! Ey! Alter! Die gehen nicht entgegen, es ist unglaublich. Wenn sie mal kriegen, den Ball mal eben nicht. Hat er nur 84 oder so? Oh nein, Buriak, der hat auch 84. Echt? Mhm. Und stärker hat er auch Ultra. Sowieso. Der drängt voll die Gegner mal ab. Deswegen ist er auch so gut. Er hat jetzt noch den Mega... Danke. Ja, stimmt. Habe ich auch gelesen. Piss dich. Geh weg! Boah, Alter. Drogba, wie der den wegkillert. Was soll man da machen? Oh! Ey, du Wichser-Blox! Dann machen meine Spieler weg! Hey! So, was soll ich denn noch was machen? Haha! Nicht machen! Och! Oh, der Wegser! Was soll ich denn noch mal direkt jetzt ausschießen? Mhm. Er gibt dir den Ball. Er gibt dir einfach den Ball. Stirb, 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 stirb. Nein! Guck mal, was ist das? Das ist Real Madrid. Das ist Real Madrid. Echt? Vielleicht hast du so die anderen genommen. So B. Real Madrid. Real Madrid B. Oder hast du bestimmt genommen. Guck mal, der lässt sich so einholen von deinem Innenverteidiger da hinten. Der kommt wieder zurück und ist so unlogisch. Jetzt ernsthaft. Ja, das stimmt wohl. Der hat auch nur 79 oder so. Bale? Sprint runter? 79, 69. Ich weiß nicht. 69. Ich weiß nicht. Ja, der war perfekt. Richtig arm, genau. Niemals. Voll. Das war Ball, wenn du... Ich weiß. Hauptsache, du scheiß Wichser da unten. Gönn dir! Nein! Du kleiner Wichser! Du Huren, ey. Wie knapp war das denn, bitte, ey? Schuss, Schussbein. Mann, du bist so ein Dreckiger, ne? Ich sag dir jetzt, der umgekehrte Wert hat ein bisschen mehr Kraft. Also, umgekehrte Werte von Dings. Halt und... Er macht den jetzt rein. Tor. Scheiße. Das war auch nicht so kacke. Aber Bären, ne? Keine Verteidiger. Ich... 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 Ich fiel dir nicht so rum. He, he, he. Nein. Jungs, wir sind ein Mann weniger. Also müssen wir es schaffen, ey. Gero. Nicht immer Lupfer. Oh Gott. Aber durch... Was? Ein Konter. So schlecht war... Naja, so schlecht war der... Das Ding jetzt nicht. Aber vom... So ein Gillespieler, der nie ein Tor macht, der seit 5 Jahren oder so ein, glaube ich, nicht mehr getroffen hat. Und dann... Dass er so aus, dass er sich wegschießen würde. Ja, habe ich auch gedacht bei dem Mann so. Oh, da ist das 1-1. Die richtigen Antwort auf die rote Karte. Antwort auf die rote Karte. Gehören! Die richtige Antwort auf die schnelle Antwort. Ja, das sind die Gails von Galah. Die jubeln halt. Komm, Evoe. Evoe kam richtig schwule. Komm, bin ich eiskalt. Dann gucken wir, warum bleibt Xabi ja noch so stehen. Keine Ahnung, aber er hat 88 Dings auf jeden Fall. 88, äh... Abschluss. Und Druckball in die 90. Also in Alde mit Team. Ich gehe immer von Alde mit Team aus, weil ich ja nur Alde mit Team spiele. Und dann auch noch gepusht. Dann vielleicht ändern sich... Naja, aber so die Werte ändern sich auch nicht. Wahrscheinlich die internen... Oh, sieht man da noch nicht sichtbar mäßig. Tschüss. Ey, aber jetzt gibt's Stress. Boah, Pep, alter. Pep Guardiola auf dem Feld. Jetzt bin ich ja mal drin, als Spieler. Oh mein Gott. Oh Gott. Benzema. Ich sag ja mal so mal. Ich sag ja mal so mal. Mir ist auch live. Guck mal, Reax heißt unsere Dings. Unser Scoreboard. Nein. Oh mein Gott. Ich wechsle Spieler während des Passes. Reax? Oh, du Huren. Holger Salstone. Markus Berg. Aha. Das ist Türkies. Mit 9 Ja, deswegen! Ja, er ist Türke geworden! Du wirst so! Ohhhhhhh! Du wirst so! Du wirst so! Ich hab's aber gekippt nur gelb! Mann! Was denn? Bruder, warum? Er hat ihn am Penis gefasst! Ja, am Penis! Er wollte zurück! Äh, so ne Scheiße! Guck mal, sein Enten aus! Guck mal, sein Enten aus! Er wackelt die Hose noch! Mann, du kleiner Hose, ey! Immer die kleinen Leute davor ziehen, ey! Darf ich jetzt mal... Guck mal! Digga, der hat 88 Effet! Er schneidert dir jetzt einen rein! Okay, das wird zu wenig! Alles nach vorne, ey! Stell vor... Jetzt, guck mal jetzt! Ui! Nein! Stell vor... Boah! Stell dir vor, jetzt zu... Hättest du mich abgeworfen! Hahahaha! Hahahaha! Habe ich... Voll auf die Presse, Alter! Ich kann nicht... Oh mein Gott! Jungs! Hahahaha! Jungs! Auf die Presse! Oh nein! Guck mal, du liegst da, ne? Der rennt da rein! Und fällt um! Hahahaha! Das ist so schlecht, ey! Alles nach vorne, Jungs! Wir brauchen noch ein Tor! Scheiße! Nein! Nicht er! Bitte! Nicht er! Jo! Hahahaha! Oh Gott! Uch! Oh! Das ist ne Parade! 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 Bitte, Conta! Bitte, Conta! Ah, der pfeift eh ab, wenn ich zum Conta kommen sollte! Ah, ich hab ja nicht meinen Spieler da! Ja, guck mal, weil sowas pfeift er ab! Ich kann eine locker Flanke reinschlagen, weil alle gerade drin sind! Zwei hier, schönes Spiel! Guck mal, drein! Das ist ne Parade! Das ist ne Parade! Das ist ne Parade! Das ist ne Parade! Burak entscheidet das Spiel mit einem gedankenschnellen Halb-Volli-Spannschuss nach dem Schreibpass! Ich bin der Schiedsrichter! Zarak, Iac, Krivitschki, hat das gut gemacht, nicht? Guck mal, wie schlechte Bewertung so! Ja! Der Beste hat 7,8! Ja, und meine 8,3! Hier jetzt, ne? Also, oder? Guck mal, Trao hat durchgespielt, hat ne 4,9! Oh mein Gott! Wie schlecht! Ja, gutes Spiel! Aber war lustig irgendwie, oder? Ja! Weil wir gelacht haben, man nicht! Ja, nein! Wir müssen auf und... Ach, Scheiße! Ich bin meinen Controller aber gar nicht drin! Scheiße! Äh, Olli! Ich will ja telefonieren ja gerade! Ich hab' meinen PC gar nicht! Scheiße! Ich dachte, ich würde es trotzdem machen! Wir haben jetzt ein Spiel gemacht in der Saison! Äh, unser erstes normales Spiel ohne Ultimate! Shit! Echt? Haftbüffelchen! Es steht wieder Haftbüffelchen da! Haftbüffelchen! 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 Und... Und denkst du auch hier! Das ist... Das ist der Richtige! Den ihr da jetzt seht! Uprising selber! Und das hier! Mein Verständnis Uprising! Das ist ein alter Nick! Und trotzdem zeigt er den als offline an! Der jetzt aktuell eigentlich ist! Und da bin ich gerade vorne! Juhu! Und hab' zwei von drei Saisons gewonnen! Juhu! Und... Da... Das zeigt er nicht an! Ja, ist schlau! Und den alten Nick zeigt er an! Genau wie bei Olli! ObiGaming Olli! Offline! Aha! Und Haftbüffelchen! Wie Olli sich auch Spaß mal genannt hatte! Das... Das spielt FIFA 14! Das ist so lächerlich der Laden! Ja! Ja, das ist ehrlich... Dieser Laden! Ja, ehrlich mal! Das ist echt lächerlich! Ich hol mir den Laden! Ich brech da ein! Ja, brech mal ein! Er kla... Er klaut mal eben! Er macht die FIFA 11 Server wieder an! Ne? Ja! Klau mal eben ein Konzern! Viel Spaß dabei! Auf jeden Fall! Vielen Dank, Oliver! Danke dir nicht! Und ich hoffe, das Spiel wird in echt auch so ausgehen! Haha! Ja! 2 zu 1 für Real! Gala! Rote Karte für Amrabat! Deine Tochter! Ich hatte doch Gala! Ich hab' so gut gespielt, ne? Da ist kein Gehirn! Kannst du mit Real nur verlieren, ey! Kannst du Tschüss sagen? Tau! 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 bin ich schwul, Fick. Oliver ist schwul, das hört ihr nur an. Ist nicht schlimm, aber naja gut. Haut rein. Tschüss. Ja, das stimmt. Tschüss.